Ich habe von meiner Schulberaterin ein paar Firmen bekommen zum Thema Elektronik und habe mich dann in die Firma beworben, wurde dann hier zur Betonbau eingeladen und die haben mich mega gut aufgenommen, direkt durch die Halle gefühlt, sage ich jetzt mal, behandelt, als wäre ich schon Mitglied von dem. Jetzt wüssten die schon, ja okay, der wird anfangen, perfekt und das fand ich mega toll. Mir gefällt besonders an der Ausbildung als Elektriker die Abwechslung, dass du nicht die ganze Zeit nur bohrst oder nur Kabel machst, sondern die Abwechslung, mal Travos machst, mal bohrst du, mal baust du Lampen an. Das wird nicht langweilig. Mich macht besonders stolz, wenn ich jetzt zum Beispiel durch die Straßen fahre und meiner Familie, meinen Freunden sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht, das ist mein Produkt, sage ich jetzt mal, ich habe daran gearbeitet und es steht in der Stadt, jeder kann es sehen. Betonbau ist für mich so was wie ein Hobby. Es macht mir Spaß, ich quäle mich nicht hin, auch wenn es mal anstrengend wird, ich habe immer wieder Lust drauf, jeden Tag aufs Neue hinzugehen und was zu lernen.